Yo Leute, ich bin in meinem neuen Zimmer. Was geht ab, Alter? Ihr seht hier mein krasses Setup, aber davon werde ich euch jetzt noch gar nicht so viel zeigen, denn, Leute, wenn dieses Zimmer richtig eingerichtet ist, ihr seht, hier ist ne Leiter, da sind überall noch Kartons, hier steht noch nichts drin, quasi. Ich hab jetzt nur mein Setup hier rüber gebaut, dass ich hier endlich angefangen kann, Videos aufzunehmen und so weiter und so fort. Es heilt auch noch ein bisschen. Und ja, hier steht noch sämtlicher Kram drin, das Bett muss auch noch fertig gebaut werden und so weiter und so fort. Ich wollte euch das jetzt hier nur mal kurz vor das Video hängen, damit ihr wisst, was jetzt in diesem Video zu sehen ist, denn ich hab in meinem Duomate Choppi, ja, ihr kennt natürlich auch Haptic als mein Duomate, ist ja auch ganz klar, aber Choppi, das ist quasi mein alter Xbox, AW, Dubs, was auch immer, Duomate, auf jeden Fall für GB und so. Und ja, wir haben ein bisschen im Video 2 gespielt, war ne richtig, das war ohne Witz, das ist meine spannendste Runde Liga, die ich je hatte, das ist kein Witz, gar kein Witz, gegen ein komplettes Platin-Team oder so, die waren Solo, alle über Meisterrang, 3, 1 und so weiter und so fort, richtig heftig, Alter. Und ja, gönnt euch das Spiel, hat richtig Spaß gemacht und ja, ihr seht, hier ist ein riesiges Zimmer, hier wird richtig viel noch reingestellt und dann werde ich eine komplette Roomtour machen, weil ihr euch das ja gewünscht habt. Und ja, was soll ich jetzt noch sagen, ihr seht noch einen Clip jetzt gleich, bevor das Spiel losgeht und dann seht ihr die komplette Runde Liga. Es geht auf jeden Fall jetzt ein bisschen länger, das Video, aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, würde mich richtig freuen, wenn wir die 500 Bewertungen wieder schaffen, aber dann geht es ja richtig ab, Leute. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, haut rein! Ich hoffe, wie steht. Einer Ramp. Spawn Red. Einer Red raus. Nice. Ey, wieder Ramp, Alter. Mann, ey. Spawn Open Stairs. Einer ist Top-Lawndy, Top-Lawndy, Top-Lawndy. Ich will spawnen, ich will spawnen. Oh, we're dead. Einer ist oben, einer ist oben. Ich geh schon mal in den Baum. Oh, fuck. Ich geh schon mal in den Baum. Nice, Digga, nice. Junge, Alter, ich habe in dem Hill jetzt schon so viele Kills. Ich weiß, Mann. Nein, zwei ist Core-Runde. Nice. Es Core-Runde. Sehr schön, Digga. Komm, Alter. Ich wollte nicht die Punkte lassen, Alter. Jetzt habe ich die Core-Runde. GG. Wir zeigen dem Team mal jetzt, was es heißt, hier, guter Spieler im BO2 zu sein, Alter. Einer in Red, Einer in Red. Zwei in Red, zwei in Red. Einer ist One-Shot. Nächster. Fuck, er hat mich. Komm, Digga, wir holen es. Das zusammen mit meiner Gym-Einer liegt. Ich habe ihn gestunt. Ich bin One-Shot. Gehst du? Alter, er ist absolut. Push-in. Nice. Double-Lambo. Zwei Double-Lambo. Ah, absoluter Job. Ja, ein Blue-Van. Ah, Gym habe ich noch bekommen, Blue-Van nicht. Fuck, einen Push noch, einen Push noch. Ach, fuck, Alter. Mit Cutter, einer. Ja, fuck. Ne, 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 die müssen wir aufgeben. Ja, da geht nichts. Die haben die zu fest verankert, Alter. Warte, die können wir halten. Ich mache Escort-Drohne in diesem Höl, okay? Ja, mach das. Zwei kommen Pool aus, zwei kommen Pool aus. Hab einen. Den anderen hat deine Escort-Drohne anscheinend. Pool, Pool, Pool kommt aus, glaube ich. Ja, deine Escort-Drohne ballert da komplett rein, Alter. Ja, eigentlich können die nicht rauskommen. Zwei kommen Raid-Side, einen habe ich. Der andere ist Jungle, ja, der ist down durch deine Escort-Drohne. Ich mache nicht mal was, Alter, ich stehe einfach da rum. Meiner ist down. Also ich habe Raid-Side so safe, ne. Und jetzt bin ich down. Drei, 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 top, drei, top, drei, top. Eben, einfach top hin. Schaffst du. Stand-Di, Stand-Di. Ich hiermit schaffte den anderen, glaube ich, ja. Weil er mit einer Skara schallt. Sehr schön, sehr schön. Er ist mir scheißegal, Alter. Er hat die Kills jetzt geholt. Aber an sich ist ein Bastard. Kitchen, Kitchen, Kitchen. Money, Money ist er. Einer zigzag, Alter. Als würden sie wissen, von wo ich genau komme, Mann. Kitchen, one shot. Nice, nice, nice. Einer kommt, open stairs, open stairs, open stairs. Ich habe schon wieder streaks. Weiß, Digga, das ist deine Runde, Mann. Mein Spiel. Lambo, habe ich. Zigzag, habe ich. Lambo, absolut, Lambo, absolut. Digga, wie kann er mir noch den Kopf abschneiden? Ah, fuck, Kitchen, I'm going to go. Oh, Zigzag ist der, habe ich. Alle Lambo's halt, alle Lambo's halt, one shot. Ah, fuck, Alter, Mann. Jeder Fan, right, right, they're coming. Alter, dieser Schnitttyp, oder Seaheat, der hat so Con, Alter. Ist ja nicht mehr normal. Einer ist nächster Hill. Ich habe noch Blitzschlag, hast du auch streaks? Nee, ich habe keinen streaks, Digga. Ich überlasse die Runde mal dir. Ich kriege one burst, nach one burst. One unten, Ramp. Okay, hau Marsch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Einer ist Red. Habe ich. Ich gucke Ramp. Ich habe sie halt vorhin gerade. Ramp, einer habe ich. Red. Red is down. Oh, einer kommt Lone, we want you to the, na, we, 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 we an andererseits, keine Chance gegen die Waffe. Einer ist hinter White. Alter. Alter, 3 da, was die nehmen von mir? Ich weiß gar nicht, warum ich, Alter. Ich weiß nicht, warum ich früher nie mit Stunt gespielt habe. Soll ich noch streaken, oder? Nein, 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 nein. Aber er strickt. Er dauert einfach nicht auf dich. Alle zigzag. Alle Mitte, 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 Mitte. Willa ist einer, der kommt, äh, glaub ich, von spawns von oben laundry. Kommt einer. Mitte immer noch. Der ist One-Shot im Hill. Komm, komm, überlebt kurz, überlebt kurz, Digga. Einer noch, einer noch, der ist links vom Money. Ja, er ist One-Shot, Digga. Ich krieg's hier nicht down, Alter, was ist los? Der ist allein im Hill, der ist allein im Hill. Open Stairs, Open Stairs, Open Stairs. Ah, fuck, hab mich. Open Stairs kommt wieder einer, mindestens. Ich geh nächst, ja. Ab Open Stairs. Ah, fuck, Alter, einer ist Pool-Host, Open Stairs, der kommt da hoch, da kommt Zig-Zack hoch. Hab ihn? Nee. Oh, ja. Oh, ja. Einer ist Jim durch, Jim durch, Jim durch, Jim durch. Ja, man, also einer schaut direkt cool, der andere ist unter Blu-Kar im Heftig. Eigentlich müsste ich nicht streaken können, oder? Oh, Blu-Kar, Alter. Nee, den Hit zu streaken ist scheiße. Ja, ich weiß schon. Das ist ganz frustrant. Besser als die ganze Zeit. Er liegt immer noch Blu-Kar, Digga, ich krieg ihn nicht down mit 4 Bursts. Das ist so brutal bei dem gerade. Er ist hinter dir, er ist hinter dir. Digga, die machen diesen Hill immer so perfekt. Wahnsinn. Soll mal den nächsten gehen, oder? Ja, ja. So abnormal. Haben wir keine Chance in dem Hill. Muss man den lassen, da haben die uns komplett rausgenommen. Kitschen, kommt Boss. Ja? Ja. Boah, Junge, Alter, ich predikte so gut, Alter. Nice, Mann. Nein, 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 er ist oben, er ist oben, er kommt mal nie, wenn der, denke ich. Ja, er ist down, er ist down, er ist down. 2 Jungle. 2 Jungle, einer Kitchen, einer Open Stairs. Ah, einer ist Overwatch und einer ist Pool. Safe, Pool ist safe, Pool ist safe, oder? Ja, ich bin grad da. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Hab den rechts. Einer noch, von oben, von oben, von oben, ja. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 hab ich. Nice, sehr schön. Ah, fucken, Pool auch noch, Mann, Alter. Alles kann ich nicht halten. Ja. Scheiße. Nächste, nächste, nächste. Ich fang den einen noch ab, wenn er hier rauskommt. Zwei Kitchen. Ich hab beide. Ich hab einen noch abgefangen. Einer Kitchen, Kitchen, Kitchen. Wie da ist einer? Lambo hab ich. Ah, fuck, Alter. 2, 6, 6, 6. Beide One-Shot, beide One-Shot, beide One-Shot. Komm. Wir müssen uns anstrengen. Wir müssen uns anstrengen. 1 in Hill. 2 Pillos. Ja, ist One-Shot im Hill, One-Shot im Hill. Ah, ich hab einfach Double-Turn-On. Wir müssen rein, wir müssen rein, wir müssen rein. Was mach ich gerade? Haben gewonnen, oder? Nein, wir müssen noch rein. Nein, wir müssen noch rein. Nein, wir müssen rein, wir müssen rein. Komm, 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 komm. Nein, nein, geh rein, geh rein. Scheiße, der Mate ist nicht. Der Mate ist nicht rein. Nein, er bleibt davor stehen. Er ist auf Kill gegangen. Guck's dir an. Da links kam jetzt einer von uns und der ist auch... Nein. Oh, Digga, das kann nicht sein. Oh, Digga, das kann nicht sein.